Hallo Minecraft, Willkommen zum nächsten Teil zum siebten Part von Megaprojekt Sky Factory. Ich war gerade schon mal drauf. Es passiert jetzt was. Das will ich nicht haben. Achtung Achtung Ich falle. Ich sterbe. Ich bin tot, verdammte Scheiße. Ja, tot. Da muss man gerade noch meine Lautstärke anpassen. Die habe ich noch nicht gerade ein bisschen runtergerägt gehabt. Ich bin tot, Leute. Und warum? Weil da oben ein Skelett rumstand. Ich weiß nicht warum. Na toll, was soll denn das? Ach, was soll denn das? Ich bin auf der... Was soll denn das? Will ich nicht haben. Geh weg mit deinem Scheiß Division Signal. Ich bin hier auf der Plattform. Ähm. Und ich komme nicht mehr rüber. Ich komme nicht mehr rüber, weil ich einfach noch nicht den Weg gebaut habe. Da ist wohl irgendwann mal irgendwas schief gegangen. Ich könnte mir jetzt die ganzen anderen Dinger mal angucken. Das könnte ich machen. Ich kann mich hier ein bisschen umgucken. Und dann muss ich mal, äh, überlegen, wie ich da wieder zurückkomme. Wahrscheinlich werde ich mich rüberbauen müssen. Na, Handy wohnt hier. Okay. Hier wohnt, glaube ich, McFisto. McFisto. Kann ich das aufmachen? Boah, ich darf sogar rein. Cool. Hä? Was soll denn das? Warum kann ich nicht respawnen? Mensch. Das ist ja doof. Was hat denn der gemacht? Steff ich bei allen anderen, wenn ich da nicht rein darf? Probieren wir einfach mal aus. Ne, da komme ich gar nicht rein. Also, der hat irgendeinen Zauber drauf. Ja, also, Leute. So, hier wohnt Getränkedienst. Wenn ich mal was zu trinken brauche, dann hole ich mir das da. Fallen Spirit. Shadow TS und krasse Kanone. Zehn Millionen Sachen haben die da alle schon. Und ich hab gar nichts. Ähm, ja. Aua. Der schon wieder. Der hat mich letztes Mal schon gehauen. Doofen Nuss. Aber wer auch immer das ist. Na, und hier. Green Gamer. Bitte zuerst. Zuerst Mitte. Also, ich glaub, ich glaub, ich muss mir mal wieder meinen Bogen machen. Ja, wer hat da gewohnt? Mahandi. Mahandi hat auch noch nicht so viel gemacht. Ähm. Ja, jetzt schreibt mich grad McQuisto an. Ich geh mal kurz gucken. Okay. So, haben wir jetzt grad mal McQuisto angeschrieben, dass der, äh, zu mir ins TS kommen soll, weil ich, Spinway. Weil ich sonst hier gar nicht, ähm, zurück auf meine Insel komme. So, ich hoffe, er kommt kurz. Er hat gemeint, er ist nur noch ganz kurz da. Bitte, 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 McQuisto. Hoffentlich bringt er mir ein bisschen Holz, damit ich wieder rüber auf mein Baugrundstück komme. Hier wohne nämlich ich, und ich komme da nicht rüber. Ja. Ich muss jetzt kurz ein bisschen warten, äh, und hoffen, dass McQuisto kommt. Ich bin gestorben, komme ich nicht mehr auf mein Baugrundstück. Bin auf der Hauptplattform. Ja, das ist der Nachteil, wenn man sich noch kein Bett gebaut hat. Das werde ich wohl als nächstes tun müssen. Äh, ich hoffe, dass mir McQuisto ein bisschen Holz gibt. Ich werde dann natürlich sofort die Brücke wieder abreißen, ja? Ich wollte gar nicht auf die Hauptinsel. Da steht ein Harvester. Ich wollte wirklich nicht auf die Hauptinsel. Lol, die haben wirklich schon angefangen, hier Quadruppel-Coubblestone-Zeug rein zu pflanzen. Die sind doch crazy, sind doch die. Und die können alle schon fliegen. Mann, Mann, Mann. Die suchten hier total. Und ich, ich nehme schön gemütlich auf. Bergi. Passiert mir ja auch was. Nö. Also hat McQuisto irgendeinen Zauber drauf. Guck mal, der kommt jetzt gleich. Dann frage ich mal hier. Ich habe schon wieder Lecks, wie man merkt. Ja, ich schicke ab und es dauert zwei Sekunden, bis es ankommt. Ah, jetzt hat er es gelesen. Jetzt kommt er. Danke. Seht ihr, seht ihr? Zwei Sekunden lag ungefähr. Das kommt einfach davon, dass hier so viel Zeug ist. Schlagt euch da um. Nehme auch eine Enderperle. Gut, also ich muss entclaimen. Ich muss wieder überlegen, wie das ging. So. 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 Ne, so. Puh. Gut, McQuisto hat gewonnen, wie es aussieht. Oh, ich dachte, der Glasblock sei nichts. So, meine schöne, ähm, ja, bin ich wieder alleine. So, wieder geclaimt. Muss ich wieder was Essen organisieren. Danke. Die Hilfe kommt in der nächsten Ebene. Danke an McQuisto, auch an Shadow.ts, die mir probiert haben zu helfen. Einer hat es nur geschafft. Aber trotzdem vielen Dank. Wir wollen ja nicht so, äh, unhöflich sein. So, Potatoes braten. Den Rest hauen wir hier rein. Ah, leider alles verloren. Hier haben wir Gravel. Wenn wir jetzt Gravel hier reinhauen. Wird da raus. Ne, der hat es schon genommen. Also machen wir das einfach mal. Wird Sand. Muss ich gerade mal gucken. Ich wollte eigentlich noch, ich glaube, ich brauche noch vier Solarzellen. Und dann wollten wir uns so eine bessere bauen. Generation. Die ist sogar achtfach besser. Ja, also. Zwei Redstone. Was ist das, Mahandika? Ne. Variante. Gut, also wir müssen uns ein bisschen sputen. Mit dem, was wir vorhaben. Deshalb haue ich jetzt mal kurz die 28 Dinger da durch. Um Eisen zu kriegen. Weil Eisen brauchen wir auch, glaube ich. Oder? Ne, eigentlich brauchen wir Redstone. Aber Eisen brauchen wir auch noch irgendwann, ja. Wir müssen ja noch weitere Maschinen bauen. Deshalb passt das. Der drüben arbeitet das Zeug in Sand um. Das wird man dann gleich auch noch in Dust machen. Und dann kriegt man daraus hoffentlich genug Redstone, damit wir uns noch... Achso, wir müssen auch noch Glas brennen. Drei... Vier mal... Vier mal drei sind zwölf. Zwölf Glas brauchen wir noch. Gucken wir gleich mal, wie viel Glas wir noch haben. Ich will eine große Solarzelle heute hinkriegen. Nachdem wir jetzt schon gestorben sind, haben wir einen kleinen Misserfolg. Würde ich mal so behaupten. Da ist sogar noch Lava drin. Ja, ja. Never die. Vielleicht kriegen wir hier sogar zwei Eisen raus. Ich glaube, nur sieben. Acht. Jawohl. Das nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, weshalb hier... Vielleicht auf dem Baum. Weshalb hier Monster gespawnt sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir auch mal einfach ringsherum Zäune setzen. Aber ich habe eigentlich noch nicht so viel gebaut, dass ich jetzt sage, das lohnt sich. Hier kann ich nichts dranpappen. Ah, da. Lol. Das ist bei mir geclamed. Ha. Wenn jetzt mein Nachbar gar kein... Gar kein Eisen... Äh, gar kein Licht will, hat er Pech gehabt. So, ich weiß nicht warum, aber hier... Hier stand... Ach, hier wahrscheinlich. Hier stand vorhin ein Skelett, als ich auf den Server gekommen bin. So, was habe ich gesagt? Ich brauche zwölf. Dann hauen wir das da rein. Ah, doch. Die haben ja ein bisschen Energie gespeichert. Das heißt, es sollte gut möglich sein, dass es ausreicht. So, wir hauen das da rein. Weil hier haben wir kein Glas mehr. Futter. Futte, Leute. Futte. Hallo? Nein. So. Gut, das hauen wir da rein. Fackel kommen bitte immer da hinten hin. So, einen Redstone brauchen wir. Ich brauche noch nur Holz und Spiegel. Und für Spiegel brauchen wir noch Aluminium. Zwei. Eins kriegen wir noch hin. Oh, das reicht. Das reicht. Einmal so. Das leckt wieder ohne Ende. Mann, das ärgert mich ein bisschen hier. So, wir hauen gleich hier nochmal ein Stack. Stein rein. Cobblestone. Damit das alles durchläuft. Und ein Bett. Aber wie soll ich denn schlafen, wenn hier so viele Leute sind? Ich weiß es nicht. So, Redstone brauchen wir. Drei haben wir. Vier brauchen wir. Insgesamt vier. Ziel erreicht. Nein, wir brauchen sechs Redstone. Weil wir müssen noch einen Reception Coil bauen, um die acht Solarzellen zusammen zu pappen. Genau. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ich wollte nämlich schon überlegen, ob ich einfach aufhöre. Ich hoffe mal, ich kriege die acht Redstone zusammen. Bitte, bitte, bitte. Äh, die sechs. Fünf. Komm, ein Redstone noch. Bitte. Bitte. Ein Redstone. Ich will auch schlafen. Ach, Mann. So. So. Ähm. Bett. Bett. Nein! 33% müssen also schlafen. Äh, warum kann ich da kein Bett hinstellen? Muss ich mir erst mal ein Gestell bauen, oder was? Mann. Na, jetzt. Ja, toll. Jetzt habe ich ein Bett, aber jetzt ist die Nacht rum. So, wir machen uns jetzt... Äh, Moment. Ich brauche ein Bisch-Couple-Sprung. Ich mache jetzt nochmal einen Hammer. Bäm, Bäm. Oh, was hatten wir denn mit den Diamanten gemacht? Ich hatte irgendwas mit Diamanten gemacht. Ich hätte auch gleich den Gravel nehmen können. Ich habe doch eigentlich Gravel genommen. Ne, doch nicht. Hä? Ich dachte, ich hätte Gravel genommen aus dem Autohammer. So, Sand. Sand. Ein Redstone noch, bitte. Ein Redstone. Danke. Und dann haben wir die, die, die vierfache Energiezufuhr, kriegt man dann. Ich habe jetzt das einfach durch, weil den brauchen wir, müssen wir sowieso durchhauen. Und wir kriegen das in der Folge gebacken, dass man hier, äh, eine große, oder ne, ne, ähm, Links-A-Solarzelle Level 2, das kriegt man hin. Ein Gold brauchen wir. Den Rest können wir hier reinhauen. Den Cobblestone aber eigentlich nicht. Upsa. So, so, so. Gunpowder brauchen wir auch nicht. Hallo, Ofen. Aluminium. Es lebt. Muss man nachher mit Nimm sprechen. Ach nee, da kommen acht raus. Heißt, ich muss nochmal drei, ähm, drei Sand machen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wir machen mal kurz den Reception-Goyle. Den pflanzen wir schon mal da rein. Ne, machen wir nicht. Na, warte mal, wir brauchen noch mehr Holz. Wie viel Holz bauen wir denn? Guck mal einfach mal so. Genauso viel Holz brauchen wir. So, der, äh. Hallo, rein da. Gehst du rein? So, dann drei Glas. Das brauchen wir nochmal. Das brauchen wir wieder zu schnell. So, jetzt so. Dann hier voll die drei Salatzellen. Äh, die eine Salat. Ich brauche nochmal zwei. Och. Der ist ja, der ist ja, ist ja ägerlich. Hau mal alles da rein, ne? Wir brauchen, müssen das durchhauen. Es lagt einfach. Es lagt einfach. Ich weiß nicht, warum. Ähm, drei Glasbommer. Wir haben kein Aluminium mehr. Och man, das fängt immer gut an. Och, Glück gehabt. Es fängt immer gut an und dann heißt es plötzlich, meh, da fehlt was. Das kann doch nicht sein. Hallo. Weiß gar nicht. Warte mal, mit F3 kann man sich hier irgendwo die FPS anzeigen lassen. 33, 25, 46. Eigentlich gut. Aber eigentlich auch scheiße. Ich weiß nicht, was da los ist. Äh, da nicht. Hier. Zum Glück hat man noch einen Redstone, ja? So. Hehehe. Das ist ein Held, oder? Was sagt ihr dazu? So, dann reißen wir mal die Soldatzellen hier ab. Ich hoffe mal, das geht per Hand. Ne, geht nicht. Och. Ich dachte schon wieder, ich fall mal. Spitzhäckchen. Spitzhäckchen. Boah, Glück gehabt. So, vier Solarpanel 1. Fehlen noch in unserem Rezept. Und wir kriegen ein Solarpanel Level 2. Das können wir jetzt mal da draufsetzen. Aber das generiert weniger wie die anderen. Kann gar nicht sein. Leitlevel ist 100. Es lädt sich. Kann das eventuell nicht so viel abgeben. 128 kann es abgeben. Ah ne, 1000 gibt es immer. 1000 schiebt es immer rüber. Aber ist okay. Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Das passt schon. Ist okay. Ja, wir müssen dann nächstes Mal einfach den Dinger hier wieder. Das wird nächstes Mal hoffentlich voll sein. Wenn das alles durchgehauen ist hier. Ich bin da dann überlegen. 18. Lohnt sich nicht. Und den Hopper wäre auch ganz cool. Da könnte man dann nämlich dran hoppen. Hard Iron. 15. Broken Iron. Auch gut. Crushed Iron Ore. Kriegen wir aus Sand. Ja. Ich hatte irgendwas aus Diamant gemacht. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich weiß auch nicht, weshalb hier überall Morsi Stone wächst. Was ist denn da oben? Also das Skelett könnte sein, dass es einfach vom Baum gefallen ist. Könnte ich mir vorstellen. Bin hier gestanden. Das heißt, wir müssen einfach aufpassen, dass wir, wenn wir Dysborn hier in dem Bereich stehen. Und dann wird alles gut. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall. Hallo. Hallo. Ich habe doch gerade Kartoffeln abgebaut. Ah, hier sind 11. Nein, aber die sind gebacken. Mensch, Mensch, Mensch. Irgendwie hat es schon wieder einen Mega-Lag gehabt. Also, ich muss unbedingt mit Dings da sprechen. Aber die Kartoffeln sind trotzdem weg. Stand eindeutig Major dran. So, ich will hier jetzt noch schnell den Sand reinhauen. Oder machen wir das das nächste Mal? Wir machen das das nächste Mal. Denke ich. Weil wir sind schon wieder bei 98 Minuten. Eigentlich will ich gar nicht so lange eine Folge machen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like oder einen Kommentar da. Bis dahin. Ciao, Minecraft. Bye.